Die größte Stadt in den USA und dann siehst du halt mitten Zelte und was sich. Du hast einmal so Beverly Hills, da wohnen die reichsten Leute in ganz den USA und dann hast du sowas hier. Die schlafen auf der Straße Leute, an jeder Ecke, an jeder Ecke in Downtown. Ich will auch die Leute es nicht so zeigen, es ist wirklich heftig. Ihr müsst euch überlegen, das ist mitten in Downtown, eine reine Zeltstadt. Echt ein Schweißausbruch. So und das Light halt zu sehen, ne, es ist krass. Und es war, boah, also hier möchte ich nicht nachts alleine rumlaufen so, ne, es ist heftig.